Herzlich willkommen bei unserem Hoppmann-Standort hier in Dillenburg. Kommt mit! Bei uns werden hier nicht nur Autos repariert, sondern auch Kutschen. Zum Beispiel bekommt diese Kutsche neue Bremsen. Kommt jetzt mit in den Service, da könnt ihr euer Auto abgeben. Hi. Hallo. Danke dir. Vielen Dank. Die Kollegen kümmern sich jetzt hier um mein Auto. Ihr könnt ja gemütlich auf euer Auto warten und euch dabei noch die neue Farbe von eurem Neufahrzeug aussuchen. Das war es jetzt mit unserem Verkaufsraum. Hier warten ungefähr 50 Gebrauchtwagen auf ihren neuen Besitzer. Kommt gerne vorbei. Und jetzt war es das erstmal mit Autos. Ich zeige euch jetzt die Welt der E-Bikes bei uns hier in Dillenburg. Kommt mit hoch. Herzlich willkommen in der E-Motion E-Bike Welt hier in Dillenburg. Wir beraten euch zwei geschulte Mitarbeiter in allen Fragen rund ums E-Bike und finden mit dir dein passendes Traumbike. Egal ob Mountainbike, Lastenrad oder Dreirad. Du kannst dir dein E-Bike auch ganz selbst designen und auch die passende Farbe dazu aussuchen. Hier bei uns bekommst du auch jedes Zubehörteil, was du zum E-Bike fahren benötigst. Und ganz wichtig, Helm nicht vergessen. Unser Wahrzeichen aus Dillenburg. Hi. Hier kannst du dein E-Bike zur Inspektion abgeben und die Kollegen kümmern sich dann fachgerecht darum. Wenn auch du Interesse an dem E-Bike hast, dann komm jetzt zu uns nach Dillenburg. Tschüss. Tschüss. Musik. Musik.